Ja, ich gebe dir die Adresse, ich schreibe es dir auf. Heute Morgen war ich joggen, habe ich meine Bankkarte verloren, mein Geldbeutel, aber zum Glück war nur 5 Euro drin und nur die Bankkarte, sonst nichts. Das war mein Joggeldbeutel. Grüß dich, Kapitano. Was geht? Hier am Darmstädt Lange-Louis. Ich gebe dir, hast du was zum Schreiben, dann gebe ich dir meine Kontaktdaten. TV Plautze heißt der Channel. TV Plautze, es ist Montag, Beginn einer neuen Woche. Wir befinden uns hier am Darmstädter Luisenplatz, dem zentralen Umsteigeplatz in Darmstadt City. Hier. Von hier kommst du überall hin. Alle 5 Wege führen nach Rom und vom Luisenplatz Darmstadt kommst du überall hin. Servus. Was hast du da Schönes in der Hand? Kamera. Yeah. Ist die verchecken? Ist eine Sony? Nee, der Freund hat mir die gegeben. Okay, warte. Wir schreiben das jetzt mal auf. Halt doch mal kurz die Kamera und erzähl doch mal was in die Kamera rein. TV? Na ja, heute sind wir mit dem Kapitano hier. Das, was sie beim Scan, ist ein bestimmtes Scan zum Häken und Stricken. Und außerdem braucht man das auch zum Reisen. Plautze, guck. So weißt du gar nicht. Kannst du lesen? TV Plautze. Weiter? Nur so TV Plautze bei YouTube. Bei YouTube. Guckst du rein? Bei YouTube. YouTube, Instagram, TikTok hab ich. Mein Lieber, schaust du mal rein? Und El Capitano. El Capitano fährt mit dem Schiff. Einen schönen, ruhigen Seegang haben wir heute auf dem Meer mit dem Schiff. Und mit dem Schiff. Und mit dem Matrosen. Wenn sie Landgang haben, werden sie sich ein paar schübsche Frauen suchen. Ein paar Frauen gehen mal Küsschen und Knutsche rein. Die Plautze. Hier ist alles in Ordnung, alles fein, alles cool, alles gut. Gehen wir trainieren auf dem Boot. Die Frauen suchen uns und dann haben wir wieder ein bisschen was zu essen mit dabei. Seemanns, Taktik, Seemannsgarn. Landgang. Landgang, Landratten. Seemannsgarn, Backbäuer, Steuerbord, Bug, Ufer, über, über, äh, wie heißt das Ding? Anker, 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 Lichten, Werfen. Geh, Lichten. Und die sind hier am Riesenplatz. Die fahren die ganze Straßebahnlinie lang. Der Capitano ist hier. Der El Capitano. Und was machst du halt, mein Bester? Also ich mache mal vom HF Geld abholen. Da vorne. Geld abholen? Okay. Deine Bank oder das? Nein, war mal ein Betreuer. Ja, okay. Und, äh, ja, ich habe mein Konto gesperrt von, weil ich habe meine Bankkarte verloren. Ja, das ist gut so. Ja. Und jetzt auf die Bank gehen und eine neue geantragen. Ja, genau. Genau, zehn Tage dauert es etwa, haben die gesagt. Und, äh, ich gehe jetzt mal runter zur Bahnhofsmission. Wenn du Lust kannst du ja mitkommen, Digga. Nee. Trink mal noch ein Käffchen. Haben wir noch 25 Minuten noch. Capitano und Käffchen. Ein andermal vielleicht. Ein andermal. Okay, mein Bester. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Einen schönen Start in die Woche. Einen tollen Montag. Du genießt die Sonne, genießt das Wetter. Meine Abonnentenfreunde auch. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo hier in Dorfstadt. Und wir müssen bis dahin einschalten, abonnieren und analysieren bei TV. Capitano, grüßt noch jemanden. Drück auf den Rogen, Knopf mal lieber. Grüßt noch jemanden. Magst du hier mal grüßen? Ich. Ja. Ich suche doch eine Freundin. Ach so, Aufruf. Alle Frauen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Die bisschen Geld hat. Die bisschen Geld hat und ein bisschen was in der Birne hat. Ja. Und nicht allzu dumm ist. Dumm ist. Meldet sich mal beim Capitano. Aussehen? Ja. Aussehen? Brünett. Brünett. Was noch? Lange Beine? Nein, ich kann nur kurz sagen, aber... Kurz. Aber brünett. Brünett. Und Augenfarbe? Braun. Braun. In diesem Sinne... Frauen meldet euch beim Capitano. Bis bald. Ciao. Tschüss. Ciao. Drück auf den Rogen, Knopf. Vielen Dank.